Ja, und damit herzlich willkommen zurück bei Fallout 4. Schön, dass du eingeschaltet hast. Schön, dass du auf meinem Kanal gelandet bist. Und schön, dass du mir zuschaust. Wir sind hier in Sauron Ironworks. Zum zweiten und dritten Mal sollen Raider erledigen. Und, äh, Usen an Terminal. Meine Lieblingsaufgabe. So. Lücke habt. I'm a lucky man. So. Ja, mir fehlen Raider. Irgendwo muss hier noch was rumdümpeln. Ist nur wo. Ist schon gelootet, Kollege. Ja. Jetzt geht's durch, aber da haben wir, glaube ich, schon. So ist das der Eingang. Eps. Ist der Eingang. Ja, ja. So, hier sind wir rein. Wo sind die? Wo sind die? Wo geht's ja nicht weiter. Das heißt, wir müssen ins Klo. Wir müssen hoch. Ist das eigentlich was wert? Ich weiß nicht. Digger. Hilf mir mal lieber suchen, sonst fehlt noch einer. Ja. Hä? Haben wir die Quest abgeschlossen und haben es gar nicht mitgekriegt. Nein. Nö. Äh. 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 Draußen vielleicht. Um am Dach. Also hier ist es ja jetzt sehr leise. still. Wenn da eins hören. Wenn von außen an, was könnte ich mir denn jetzt hier? Oder geht's noch weiter? Aber hier waren wir ja schon. Puh. Das Leben in Goodneighbor ist nicht für jeden was. Aber besser als die Alternative. An einem Ort wie Diamond City würde man einem Ghoul nicht mal die Uhrzeit sagen. Würde sagen draußen. Wenn ihr mich so fragt, würde ich sagen draußen. Ja, hier nicht. Ja, hier sei es. Mal jetzt den Ausgang finden. Der war entgegengesetzt. Na. Schauen wir mal. Hm. Es besteht ja auch die geringe Chance, dass diese Quest verwackt ist. Dass wir alle erledigt haben. Aber. Er das nicht zählt. Was ich nicht hoffe. Das wäre doof. Aha. Was denn? Und ach. Gut. Kann man denn da jetzt hoch? Was? Kommt man da hoch? Kommt man da hoch? Was? Kann ich da hoch? Oh. Kann ich da hoch sein? Oh. Ich hab da hoch. Ich hab da hoch. Ja, das ist ja los. Ich hab da hoch. Hey, hey. Aus. 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 Wie kommen wir da jetzt? Ja, ich denke von innen. Nicht näher, komm. Hey. Take my crap. Du kannst auch die eine Waffe noch nehmen. Gut. Du musst es nur sein. Gut, dann gehen wir noch mal rein. Irgendwo dran haben wir was übersehen. Also ich hab wieder was übersehen. Hm hm. Vielleicht auch irgendwo die pennen. Äh, wir müssen... Wo ist das? Okay. Äh, wir müssen noch höher. So, jetzt muss er hier irgendwo sein. Hier geht's wieder komplett runter. Hm. Hm. Hier ist aber nichts. Ein Korg, hilf mir. Okay. Bitte. Jetzt ist der Wind. Kannst du dich oder bleibst? Wie ist das denn? Das war's gonna. Ich bin auf meiner Reise. Nicht, wir sind eine Einredner. Ich bin fast. Ich bin fast. Oh! Ist das alles? Oh nein, das hört sich nicht aus. Ja, der Trick war ja nicht schön. Wo sterben? Äh, an die Folge kann ich mich noch erinnern wo wir hier waren, ok. Äh, was ist die Punkte? Was ist die Punkte? Ist die Punkte ganz klar! Ich glaube, ich spiele schon zu. Ja, ich werde ja glatt die Fahrer-Swinge verpassen. Ja, ich werde ja glatt die Fahrer-Swinge verpassen. Hier oben war aber, glaube ich, nichts. Ja, die Pumpe gefällt mir aber leider. Finden wir also wenig Munizum dafür. So. Quest fertig. Komm, Digger. Komm, Digger. Komm, Digger. Komm, Digger hier. Komm, Digger. Komm, Digger. Äh, das war was. Schluck Kaffee trinken. Lebenselixier-Kaffee. So, die Sonne scheint, öh, hä. Wo? Es heißt wohl Abschied nicht. Nein, wir stehen hier. Wir stehen hier. Okay, wir stehen hier. Ich glaub noch das schon. Das ist nur Digger. Wuh? Was denn? Was denn? Wo denn? Hallo? Ah! Ach, er hat regeneriert und hat zerbluten. Den Hammer. Wir kommen mal leise rauf. Ja. Gegrilltes Hähnchen. Äh. 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 Okay. Auf einer ist. Ein Guck. Ja. Der hat eine... Er hat eine... ...ine…. Wie ist das? Wir werden geraten Sie. Ach, doch das ist. O-Oh. Oh-Oh. Ja. Ja. Ach, Schub. Für den Friedhof. Dein Zeug ist dem ganzen Haus ein Koffensicht wert. So, die Oschi machst du jetzt. Ich geh mal hier oben. Schlagert. Okay. Ja, da muss ich. Ich bin ja ohnehin was gewesen. Okay. Was ist das? Gut. Auf geht's. Looted. Looted. Hier kann er mehr rum. Da war nix dran. Hier unten noch einen. Hier war nix. Okay. Nachladen. Und weiter geht's. Die Kass kann man aber später abgeben. Oder? Sagen wir jetzt? 16 Minuten. Ja komm. Bis das Ladebildschirm, bis wir da sind. Und, äh... Das Flug. Ja. Hancock gefällt mir bis jetzt. Vor allem mal ein paar neue Sprüche. So. Kollege. Was war? Da hat sich bestimmt was bewegt. Was? Oder was? Was? Achten wir da unten? Okay. Okay, komm. Können wir jetzt aufhören uns Gedanken wegen des Tributs an die Raider zu machen? Ich hab mich um euer Raider-Problem gekümmert. Danke. Es ist gut zu wissen, dass wir auf euch zählen können, wenn wir in Schwierigkeiten sind. Ja. Gerne. Sprüche mit Preston. Keine EP? Ach, ich hab mich schon mal gekriegt oder was. Rückel, rückel. Okay, lass mich mal durch, Digga. So. Ja, dann geht's weiter. Und zwar machen wir jetzt... Das nicht? Corvega. Wir wollen ein bisschen Ruf haben. Jups. Ja. Ja. Äh. Ja, da sind die Texturen grad scheiße, oder? Da sind wir auch. Oh man, hier waren wir ja auch schon. Gefühlt, hundertmal. Ich höre eine Todeskanne. Mann, der war doch hier unten, ne? Da ist er. Ja. Muss mal gut. Ich glaub mit dem gehen wir dann in der nächsten Folge spielen. Mit der Todeskralle. Ich guck grad nicht, dass ihr jetzt um die Ecke geschossen kommt. Gut meine Lieben, ich hoffe es hat euch gefallen. Ist ja nicht all zu viel passiert. Ich hoffe in der nächsten Folge wird es wieder spannender. Wir müssen auf jeden Fall wieder in die Corvega rein. Mal kurz gucken. Da kommen die Kollegen auch schon angeschissen. Ähm. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Schönen Abend, je nachdem wann ihr die Folge seht. Und sage Tschüss, bis demnächst. Bye, bye. Ciao, ciao.